Eins, zwei... Ja, vier Teile waren es, glaube ich. Was man insgesamt sammeln muss. Okay, ich frag mich noch, was hier drin ist. Alle sterben. Euer Blut wird in Boden bringen. Nor wird uns reichen. Ein feiger Angriff. Nicht erst, darf ich bereits. Okay, so gut wie jeder von denen droppt was. Ah, Weltenspange, noch ein Teil. Komm, ich will, ich will... Danke. Wobei, ich hoffe mal, sie ploppen mir mal hier auf. Das würde das Ganze... Aber ich könnte mich auch irren und sie ploppen bei den Gräbern auf. Ja, zweites Bruchstück einsetzen. Ja, das Summen aus dem Untergrund wird lauter. Sie sind überall. Ohne Ruf. Hö, höll doch los. Folgt mir. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Komm zu oben. Komm. Die Ruhe wird sofort ausgeführt. Der Tod ist nur der Anfang. Achtung. Haltet durch, Männer. Ein ehrloser Hinterhalt. Komm zu oben. Komm. Schlagt sie zurück. Nor wird uns rächen. Sie sind überall. Ein feiger Angriff. Feindlicher Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Wie nett. Der Tod ist nur der Anfang. Geht teure Gegenwehr ist vergebens. Feindlicher Angriff. Für die Ehre. Ein feiger Angriff. Nor ist mit uns. Ein ehrloser Hinterhalt. Verstärkt die Deckung. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein ehrloser Hinterhalt. Oh Gott. Nor wird uns rächen. Oh, hier ins Bogen. Ja. Eure Gegenwehr ist vergebens. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Der Tod ist nur der Anfang. Okay, die großen Rumien, die halten ordentlich was raus. Für die Ehre. Die Linien dürfen nicht brechen. Ein feiger Angriff. Ein feiger Angriff. Ein ehrloser Hinterhalt. So, nur die große Brühe und der Todesschützer. Der Tod ist nur der Anfang. Noch zwei Teilstücke, so wie es aussieht. Ja, hier hin zum Bogen, den wir die benutzen können. Weltenrichter, wow. Nicht erstet. Okay, dann setze ich mal das nächste Stück ein. Noch geht's hier einigermaßen. Drittes Teilstück einsetzen. Feindlicher Angriff! Komm zu oben, komm! Ein feiger Angriff! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Ein ehrloser Hinterhalt! Umfüde! Schlagt sie zurück! Halt doch still! Der Tod ist nur der Anfang! Umf gleich tot! Halt doch still! Der Tod ist nur der Anfang! Feindlicher Angriff! Oh! Lor wird uns rächen! Sie sind überall! Ein feiger Angriff! Lor ist mit uns! Ihr habt mich beschworen! Schlagt sie zurück! Ehrloser Hinterhalt! Ehrloser Hinterhalt! Haltet durch, Männer! Ein ehrloser Hinterhalt! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Die Linien dürfen nicht brechen! Der Tod ist nur der Anfang! Wir sind der Tod! Silbern glitzert der Tod! Ihr werdet alle sterben! Der Tod ist nur der Anfang! Feindlicher Angriff! Eure Gegenwehr ist vergebens! Ja, Skedet Petit! Mal! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Okay, interessante! Na! Mein feiger Angriff! Gebt euren Befehl! Nor wird uns rächen! Wenn sie nicht mehr kommen! Der Tod ist nur der Anfang! Schlagt sie zurück! Die Linien dürfen nicht brechen! Oh, sind die Brummien von oben? Nein, die sind noch da. Der Tod ist nur der Anfang! Ein ehrloser Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Die Linien sind bereit! Sie sind überall! Ein feiger Angriff! Ihr habt mich beschworen! Haltet durch, Männer! Ihr werdet alle sterben! Skelett hat sich nicht mehr! Das Skelett hat er auch nicht mehr! Ich schlagt sie zurück! Ich schlagt sie zurück! Ich schlagt sie zurück! Neuer Blut wird in den Boden bringen! Sie sind überall! Ich sterbe alle sterben! Ein feiger Angriff! Feindlicher Angriff! So, schön den Titaten am Leben halten! Ihr werdet alle sterben! Sie sind überall! Der Tod ist nur der Anfang! Euer Blut wird im Boden trennen! Haltet durch, Männer! Tod und Verzweiflung treiben euch! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Euer Blut wird in den Boden trennen! Feindlicher Angriff! Tod und Verzweiflung treiben euch! Okay, um die Taten vergessen zu heilen! Gott sei Dank habe ich noch einigermaßen gute göttliche Heilung! So, da scheint nur noch einer zu leben! Wenn soll ich treiben! Euer Blut wird im Boden fliegt! Ein Fried von mir! Mehr Havox! Wir sind der Tod! Mitternacht sollten die Necromanten, die ich verloren habe, wieder aufstehen! So, du bist der Hüter des vierten Fragments! Letztes Bruchstück! Weltenrichter Beinlinge der Zeitläufer! Nett! Die Rune wird sofort ausgeführt! Zu Befehl! Auf dem Weg! Verstanden! Für die Macht! Steh bereit! Wird sofort ausgeführt! Auf meinem Befehl! Er, Lea, hat mich beschwungen! Wollen wir uns auch nochmal... Achso, da haben wir noch Flattermeer! Da holen wir uns die restlichen auch noch gleich! Packen die letzte Nahrung, auf wenn wir es nicht brauchen! Okay! Ja, weil wenn wir jetzt das letzte Teil dann einsetzen, dann macht's Busch! Gut, während wir darauf warten, dass Truppen kommen... Also dann macht's Busch und der Obermufti von... Feind taucht auf... Tötet uns wahrscheinlich alle! Stehe bereit! Also der mächtigste Untote! Könnte sogar Level 50 sein, so wie ich das Spiel einschätze! Was? Ah, ihr seid es! Die Diebe sind gestraft! Wohlgetan, Mensch! Ihr habt Utros Flüche von diesem Land genommen! Die Götter sind euch wohlgesonnen! Damit habt ihr die Prüfung bestanden! Ihr seid würdig, das Kolosseum der Götter zu betreten! Das alles war eine Prüfung? Nur Sterbliche, die sich als würdig erweisen, dürfen an den Spielen und Vergnügungen der Götter teilnehmen! So spreche ich, Agamon, Wächter des Kolosseums! Okay! Und der Wächter ist in Wirklichkeit ein Drache! Damit haben wir, ja... Ihr habt die Prüfung von Agamon, dem Wächter des Kolosseums, verstanden! Und haben damit den Weg ins Kolosseum freigeschalten! Aber damit treten wir... Gehen wir erstmal noch nicht rein! Erstmal will ich gucken, was hier ist! Rüstung der Wacht! Nettes Schild! Katzenkappe! Einiges erzeugt! Dann gehen wir schon mal wieder hier hoch! Gebt euren Befehl! Glitzert der Tod! Endlich! Was wünscht die Rune? Was wünscht die Schild? Aber so wie es aussieht, sind da die Truppen fertig! Dann tun wir jetzt noch schnell... Ein bisschen produzieren! Also in Auftrag geben! So, und dann würde ich sagen... Sobald unser Avatar wieder da oben ist... Können wir uns ins Kolosseum... Äh... Können wir... Speichern! Weil es wird mal wieder Zeit für einen Cut! Leider! Wir haben aber bis auf das letzte Teilstück des Mosaiks... Ja, eigentlich den brennenden Felsen abgeschlossen! Ich weiß zwar nicht, was hier drin noch ist... Aber es gibt ja keinen Weg weiter mehr! Gut! Das heißt, wir speichern! Und dann sehen wir uns gleich wieder! Wir wollen uns gleich wieder! Untertitelung des ZDF, 2020